Hallo und Willkommen bei TheNoseyRosey, hier ist eure Jen. Heute ohne Vorspann und Gedöns, ich werde nämlich nur dieses Video schnell aufnehmen und es nicht mehr schneiden. Nur noch mal ganz schnell von mir, Laura, nee Quatsch, erst mal Mine und Jana hatten es ja schon angekündigt, drei von uns Roses werden sich zusammentun, sich einen Tag teilen und Laura hat es dann ja auch schon gesagt, wer es ist, nämlich sie, also Laura, Duni und ich. Ja, ich wollte jetzt halt nur noch mal kurz was dazu sagen und mich hiermit von meinem Mittwoch verabschieden. Ich habe nämlich auch jetzt gerade eigentlich überhaupt keine Zeit und das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen zurücktreten werde. Ich habe nämlich momentan derbe viel zu tun in der Uni und dann habe ich auch noch einen neuen Job in einem Architekturbüro, was super viel Spaß macht, was aber viel Zeit in Anspruch nimmt und dann habe ich noch einen anderen Job und ja. Diese Dinge brauchen alle viel Zeit und ich bin eigentlich von jedem jeden Tag morgens bis abends unterwegs, komme meistens ziemlich spät erst nach Hause und dann noch ein Video drehen. Puh, vor allem Mittwochs habe ich gar keine Zeit, da komme ich erst um 10 Uhr abends nach Hause von der Uni, das ist ein echt stressiger Tag. Eigentlich habe ich jetzt auch keine Zeit, eigentlich bin ich jetzt am Arbeiten, aber ich bin kurz zu Hause, weil gleich der Klempner kommt, weil wir verstopfte Rohre haben und nur deswegen bin ich da. Also es könnte auch sein, dass es gleich klingelt, ich muss mich beeilen. Also ja, deswegen drehe ich zurück, es tut mir echt leid, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall eher machbar sein für mich, alle drei Wochen ein Video zu drehen und ja. Ich werde aber auf gar keinen Fall irgendwie aufhören oder so. Ich werde es sicherlich immer irgendwie schaffen, ein Video zu drehen, auch wenn es noch einmal im Monat sein wird, aber ich werde auf gar keinen Fall bei Senosi Rosi aufhören und ja, aber halt erst mal ein bisschen weniger. Was nämlich bei mir auch noch demnächst dazu kommt, ist, vielleicht haben die es ja schon gesehen, die auch auf meinem persönlichen Channel sich Videos ansehen, ich werde nächstes Jahr für ein Semester ins Ausland gehen. Vermutlich wird es Dublin sein, im Irland, ich weiß es noch nicht genau, spätestens 1. Dezember bekomme ich die Mail, ob ich eine Zulassung bekomme oder nicht und dann bin ich ab Mitte, Ende Januar schon weg. Also es sind nicht mal mehr drei Monate und da bin ich dann in Dublin. So, hey Audrey. Und da weiß ich auch noch nicht, wie das mit den Videos sein wird. Vielleicht habe ich wenig Zeit, vielleicht habe ich aber auch mehr Zeit, weil ich zum Beispiel da ja auch nicht arbeiten werde, sondern nur meine Unikurse habe und vielleicht auch weniger Kurse als hier. Von daher, vielleicht kann ich von da aus ja auch mehr Videos drehen. Ich weiß es noch nicht, das wird sich dann zeigen. Deswegen, ja, wen das alles interessiert mit Dublin und hin und her, auf meinem Kanal wird es dazu mehr Videos auf jeden Fall noch geben. Und, ja, das erstmal nur von mir. Ich verabschiede mich hiermit von meinem Mittwoch, bin ab sofort freitags zu sehen, nächste Woche nicht. Doch, nächste Woche schon. Diese Woche machst du nie noch ein Video, Freitag. Und nächste Woche bin dann ich dran, die Woche drauf, Laura. Also nächste Woche gibt es mich wieder. Und, ach ja, hier eine. Ich kann mir den Namen nicht merken. Du mit dem tollen Namen, der aus unseren Nosy-Rosy-Namen besteht. Du hast mich eingeschrieben und fragt, wie das ist mit den Themen und so. Zum Beispiel, wenn es ein ganz interessantes Thema ist, wo man vielleicht was zu sagen möchte, aber man ist gerade nicht dran. Ich denke mal, da werden wir uns intern schon abstimmen können. Wenn es ein extrem interessantes Thema ist, wo Laura, Doni und ich was zu sagen wollen, dann machen wir halt alle drei ein Video, denke ich mal. Also das wird sicherlich kein Problem sein. Oder wenn ich dann eine Woche später dran bin und das Thema von der Woche davor dran fand, dann werde ich vielleicht einfach dazu auch noch was sagen in dem Video. Also ich denke mal, das werden wir schon irgendwie gut auf die Reihe bekommen. So, jetzt war es das auch schon wieder von mir. Hiermit übergebe ich meinen Mittwoch an Rimm. Bitte sei lieb zu ihm. Und ich denke aber, dass du das gut machen wirst. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Freitag. Bis dann, die Jen. Ciao.